Bhagavad Gita, Vers 4.25 Einige Yogis verehren die Halbgötter mit vollendet ausgeführten Opfern und andere Opfern im Feuer des höchsten Brahman. Erklärung Wie oben beschrieben wird, nennt man einen Menschen, der seine Pflichten im Krishna-Bewusstsein erfüllt, einen vollkommenen Yogi oder erstklassigen Mystiker. Doch es gibt auch andere, die ähnliche Opfer zur Verehrung von Halbgöttern darbringen und wieder andere, die dem höchsten Brahman, dem unpersönlichen Aspekt des höchsten Herrn, opfern. So gibt es verschiedenartige Opfer, die sich auf verschiedenen Stufen befinden. Diese verschiedenartigen Opfer, die von verschiedenartigen Menschen dargebracht werden, unterscheiden sich nur oberflächlich voneinander. In Wirklichkeit bedeutet Opfer, den höchsten Herrn Vishnu, der auch als Yagya bekannt ist, zufriedenzustellen. All die verschiedenartigen Opfer können grundsätzlich in zwei Gruppen eingeteilt werden. Opfer von weltlichem Besitz und Opfer, die ausgeführt werden, um transzendentales Wissen zu erlangen. Krishna-bewusste Menschen opfern ihren gesamten materiellen Besitz zur Zufriedenstellung des höchsten Herrn, wohingegen andere, die nach zeitweiligem materiellen Glück streben, ihren materiellen Besitz opfern, um Halbgötter wie Indra und den Sonnengott zufriedenzustellen. Die Unpersönlichkeitsanhänger opfern ihre Identität, indem sie mit dem unpersönlichen Brahman verschmelzen. Die Halbgötter sind mächtige Lebewesen, die vom höchsten Herrn beauftragt sind, für alle materiellen Funktionen wie Beheizung, Bewässerung und Beleuchtung des Universums zu sorgen und darüber zu wachen. Diejenigen, die an einem materiellen Nutzen interessiert sind, verehren die Halbgötter durch verschiedene Opfer, die in Übereinstimmung mit den vedischen Ritualen vollzogen werden. Sie werden Bav Ishvadawadi genannt, Menschen, die an viele Götter glauben. Andere, die den unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit verehren und die Formen der Halbgötter als zeitweilig betrachten, opfern ihr individuelles Selbst im höchsten Feuer und beenden auf diese Weise ihr individuelles Dasein, indem sie mit der Existenz des Höchsten verschmelzen. Diese Unpersönlichkeitsanhänger verbringen ihre Zeit mit philosophischen Spekulationen, um das transzendentale Wesen des Höchsten zu verstehen. Mit anderen Worten, diejenigen, die fruchtbringenden Aktivitäten nachgehen, opfern ihren materiellen Besitz, um materiellen Genuss zu gewinnen, wohingegen die Unpersönlichkeitsanhänger ihre materiellen Namen und Bezeichnungen opfern, weil sie mit der Existenz des Höchsten verschmelzen wollen. Für die Unpersönlichkeitsanhänger ist das höchste Brahman der Altar, auf dem sie ihr Feueropfer vollziehen. Und als Opfer bringen sie ihr Selbst dar, das vom Feuer des Brahman verzehrt wird. Der Krishna-bewusste Mensch, wie Arjuna, jedoch, opfert alles zur Zufriedenstellung Krishnas. Und so wird sowohl sein gesamter materieller Besitz, als auch sein Selbst, alles, Krishna, als Opfer dargebracht. Damit ist er der vollkommenste Yogi, jedoch verliert er nicht seine individuelle Existenz.